Die LEGO-Fan-Ausstellung 2021. Der November ist randvoll mit LEGO-Ausstellungen und wir starten vom 5. bis zum 7. November mit der 17. Bricking Bavaria, allerdings erstmalig in Friedrichshafen am Bodensee. Mit rund 230 Ausstellern ist die Bricking Bavaria mit einer der größten LEGO-Fan-Ausstellungen der Welt. Mit den verschiedensten Themenwelten und sogar Mox, die bereits im Guinness Buch der Rekorde stehen, habt ihr die Möglichkeiten, die Bauwerke der einzelnen Aussteller zu begutachten. Zusammen mit der Modellbaumesse 2021 findet die Bricking Bavaria in der Halle A7 des Messegeländes in Friedrichshafen statt. Eine Woche später findet dann die EDS Brick World am 13. und 14. November in der Tastingbach-Halle in Velen statt. Diese LEGO-Ausstellung ist für die ganze Familie und dient gleichzeitig einem guten Zweck. Ihr habt die Möglichkeit, die Mox von Ausstellern aus ganz Europa zu betrachten, welche hier auf 1400 Quadratmetern ausstellen. Gleichzeitig mit der Spielemesse 2021 geht es vom 18. bis zum 21. November in den Messehallen von Stuttgart mit der Schwabenstein 2x4 weiter. Auf der Anhöhe der Messehallen findet hier auf etwa 6000 Quadratmetern die LEGO-Fan-Ausstellung Schwabenstein statt. Wir bleiben in Stuttgart, wo eine Woche später dann die Comic-Con stattfinden wird. Und hier reiht sich die Schwabenstein 2x4 noch mit der Comicstein 2021 ein. Hier werden Mox aus den verschiedensten Superhelden-Universen gezeigt. Also kombiniert Cosplay mit eurem Lieblings-Hobby-Lego und besucht die Comicstein 2021. Hallo, ich bin Thomas Nikolaus von BrickMavaria und ich freue mich, euch zu den LEGO-Fan-Ausstellungen im Herbst einzuladen. Hallo, ich bin Christoph von der IDS BrickWorld und ich lade euch ganz herzlich zum Messeherbst 2021 ein, der den November komplett mit LEGO-Ausstellungen füllt. Wir sehen uns auf der IDS BrickWorld. Ich bin Daniel von Schwabenstein 2x4 e.V. und heiße euch auf der Schwabenstein 2021 im Halben der Stuttgarter Messeherbst herzlich willkommen. Hallo, ich bin Zypper von Schwabenstein 2x4 e.V. Ich lade euch ein zur LEGO-Fan-Ausstellung Comicstein 2021. Sie findet statt im Rahmen der Comic-Con in Stuttgart. Hi Leute, wir sind es von Jörp der Spielbahn und wir freuen uns auf einen genialen LEGO-Messe-November mit euch. In ganz Deutschland finden vier Messen statt. Die BrickMavaria, die IDS BrickWorld empfehlen, die Schwabenstein in Stuttgart und die Comic-Con in Stuttgart. Auf den letzten drei Messen sind wir live mit dabei und wir freuen uns einfach auf ein paar richtig tolle LEGO-Tage und hoffen, ihr seid auch mit dabei. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.